Das ist Bernd. Bernd möchte gern mehr über die industrielle Produktion in der Vergangenheit erfahren. Deshalb hat er sich eine Zeitmaschine bestellt. Bernd reist nun mit uns ins Ende des 18. Jahrhunderts in eine englische Fabrik. Der Beginn der ersten industriellen Revolution. Maschinen übernahmen bestimmte Arbeitsprozesse, die vorher von Hand erledigt wurden, liefen Tag und Nacht und konnten so Waren günstiger und schneller herstellen. Diese gesteigerte Produktivität führte zur ersten Massenproduktion. Wir reisen nun ins Ende des 19. Jahrhunderts. Nun beginnt mit der Einführung der Elektrizität Industrie 2.0. Maschinen wurden jetzt nicht mehr mit Dampf, sondern mit effizienteren Elektromotoren betrieben. Und Henry Ford entdeckte die Fließbandarbeit. So führte jeder Arbeiter nur noch einen bestimmten Arbeitsschritt aus. Der Arbeitsprozess wurde also verschnellert und vergünstigt. Außerdem konnten durch die Erfindung von Telegram, Telefon und Schreibmaschine gewisse Arbeiten im Büro auch erheblich beschleunigt werden. Ein weiterer großer Meilenstein folgt als Beginn der dritten Phase der industriellen Produktion. Bernd auf ins Ende des nächsten Jahrhunderts. In den 1970er Jahren erfolgte der Einsatz von Computern in der Industrie. Hier konnte die Arbeit der Maschinen durch Elektrotechnik und IT weiter automatisiert werden und später fand der Personal Computer, kurz PC, Einzug in bestimmte Arbeitsprozesse und Verwaltungstätigkeiten. Der Durchbruch der PC-Systeme und damit unser heutiger und zukünftiger Stand Industrie 4.0 kam dann erst mit der Einflechtung des Internets. Lass uns einen kleinen Besuch in der Zukunft abstatten, Bernd. Durch die Einführung des Internets kommt es zu einer zunehmenden Digitalisierung. Ein wichtiger Kernpunkt ist das Internet of Things, IoT. Dort sind Maschinen und Menschen als Arbeitskollegen über das Internet miteinander vernetzt und tauschen Daten in Echtzeit aus. Durch deren Analyse kann man Produkte kundenzentrierter und auf Nachfrage herstellen. Das ist günstiger und ressourcenschonender. So ist es auch möglich, dass Tätigkeiten, bei denen auch durchaus höhere Qualifikationen benötigt werden, von Maschinen allein übernommen werden können, durch künstliche Intelligenz. Das kann bedeuten, eine Fabrik mit Robotiksystemen führt nicht nur Arbeitsschritte aus, sondern überwacht diese und passt sie selbstständig an. Eine sogenannte Smart Factory. Das kann natürlich auch zur Folge haben, dass die Menschen in Zukunft höhere Qualifikationen benötigen, da die anderen Arbeiten von Maschinen übernommen werden. Was feststeht ist, die Struktur der Arbeitswelt wird sich stark ändern.